Der Block war doch illegal! Ich programmiere gerade ein Volleyballspiel zwischen Herr Anwalt und Lascher. Der macht allerdings noch nicht viel. Ich muss ihm eine Volleyball-AI programmieren. Dafür habe ich erstmal simpel angefangen und dafür gesorgt, dass er dem Ball hinterherläuft. Ja gut, das hat jetzt mit Volleyball noch nicht viel zu tun, also habe ich noch programmiert, dass er den Ball auch hochspielt. Das funktioniert zwar, aber er spielt jetzt eher so für sich alleine und ganz selten geht der Ball mal rüber mit Glück. Und manchmal passiert auch das hier. So, Lascher kann jetzt endlich den Ball rüberhauen. Gut, ist das aber noch nicht. Und irgendwas stimmt ja auch nicht so ganz.